Moin Moin und Willkommen beim Sankt Pauli Pop Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Für alle, die neu sind, wir, das sind meistens ich, dein Horst Erik und meine Co-Hosts Christian und oder Markus oder Willi oder Gäste. Wir podcasten über den FC Sankt Pauli, den Stadtteil Sankt Pauli und alles, was mit Fußball, mit Pop und mit Popkultur, mit Musik und überhaupt zu tun hat. Und jetzt viel Spaß. Was ich auch ganz spannend finde, es gab ja letzte Woche das Filmfest in Hamburg. Da gab es ja auch die Premiere, die Weltpremiere von dem Fußballfilm Mario, hieß der, glaube ich, über den homosexuellen Fußballer, Profifußballer, der anscheinend, also die ganze Mannschaft war auch tatsächlich vor Ort, hat sich den Film auch angeschaut und hat wohl auch sehr bewegt. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber das ist natürlich auch so eine Thematik, wo ich so denke, ich habe heute gerade irgendwo gelesen, ein Interview, glaube ich, mit Evald Lien, wo er gesagt hat, wenn der, wenn tatsächlich, das wäre bei uns ein Superstar, wenn es so einen geben würde. Wo ich gesagt habe, okay, das ist dann ja wirklich der radikale Umkehrschluss. Wann war das Outing von, vor vier Jahren? Hättest du es sagen, vor vier Jahren? Vier oder viereinhalb Jahren oder so. Und seitdem, also das ist doch wirklich seltsam, dass diese, wo auch wieder über Musik und Podcast, den letzten damals über die Homophobie-Geschichte, dass das immer noch nicht sich durchsetzt. Ich habe heute gerade ein Interview gelesen mit Mats Muller-Dehli nach dem Film und der sagte natürlich auch, der ist ja auch ein bisschen rumgekommen und sagte halt wirklich seine England-Zeit, das ist wirklich so Macho-Fußball oder wie auch immer im Fußballstadion. Da ist es überhaupt nicht denkbar, dass sowas passiert. Norwegen eine andere Station, da wird das natürlich alles toleranter und beim FC St. Pauli sowieso extrem tolerant. Deswegen ist es natürlich eine Geschichte, die da auch ganz anders präsent ist, positiv präsent ist. Ja, obwohl, also gerade bei Evald Lieden, da schien ja auch über sich doch schön groß Evald, du schuldest mir noch zwei Antworten auf Fragen, die ich dir damals zu diesem Interview geschickt habe. Das Interview ist nämlich schon ein bisschen älter, das ist schon ein oder zwei Jahre alt. Das ist jetzt nur wieder rausgeholt worden, dieses Statement, weil ich ihn nämlich dann gefragt habe, was ist denn eigentlich beim FC St. Pauli? Hat der FC St. Pauli eigentlich Ansprechpartner für junge Spieler, die gegebenenfalls darüber Auskunft haben wollen, wie denn so ein Plan für ein Outing aussieht? Oder sollen die zu Herrn Rettig und zu Herrn Lienen gehen? Also zwei ausgemachten Heeten. Das ist irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Und auf meine Nachfrage im Verein wurde mir gesagt, ja, nee, das ist irgendwie ein blinder Fleck. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass man sich nach vorne stellt und sagt, der Junge wäre bei uns ein Star und wir sind die Größten und die Tolerantesten. Weil, und da zitiere ich gerne Conny Littmann, der das schon vor beinahe zehn Jahren gesagt hat, und ich glaube, da hat sich leider nicht viel dran geändert, ist so meine Wahrnehmung, dass er keinem schwulen Profifußballer empfehlen kann, sich zu outen. Das war seine Aussage. Und zwar aus zwei sehr nachvollziehbaren Gründen. Das eine ist, dass du eben nicht nur im geschützten Feld des FC St. Pauli-Millern-Torspiels, du musst auch auswärts fahren. Die Medien fallen über dich her, vor allem, wenn du der Erste bist. Und du stehst vielleicht am Anfang deiner Karriere und dann ist der FC St. Pauli nämlich nicht der Endpunkt, sondern der Anfang. Nehmen wir doch mal Spieler, die sich aus uns herausentwickelt haben. Kruse, wie heißt der? Schipka, Ginczek, also Leute, die tatsächlich sich bewährt haben bei Bundesligisten. Genau, die seine Karriere gemacht haben. Stell dir mal vor, die hätten sich beim FC St. Pauli geoutet und wären dann irgendwie nach Stuttgart, Nürnberg oder sonst wo hingekommen. Das muss man sich richtig gut überlegen. Und ich glaube, Corny Littmann einfach sofort, wenn der sagt, das ist einfach, das ist leider noch nicht so weit. Also ich kann niemandem raten, der Erste zu sein. Also in den Mannschaftsteilen, also es gibt doch tatsächlich Vertrauensspieler. Heißt das nicht so bei so? Also ich kenne das auch noch, dass ihr mir sagt, okay, es gibt so einen Mannschaftsrat, der gleichzeitig natürlich Zuständigkeit hat für irgendwie Themen, also jetzt nicht ausgewiesenermaßen diese Themen, aber die würde ich dann da mit reinschieben oder rein in den gleichen Kontext sehen. Dass gesagt wird, okay, es gibt einen Mannschaftsrat von drei Leuten, der das Bindeglied ist zwischen Mannschaft und Trainer, extern, was auch immer. Und da müsste sowas natürlich dann in der Form funktionieren, dass man sagt, okay, man hat dann erfahrene Leute, die dann tatsächlich Kapitän oder Mannschaftsrat sind und dann tatsächlich die Position auch in der Form innehaben, dass sie sich sowas natürlich dann auch anhören würden und umsetzen würden und sich damit auch auseinandersetzen würden, sinnvoll hoffentlich. Ja, aber das, die musst du schulen. Also du kannst ja nicht einfach sagen, also kannst du ja zum Beispiel, sagen wir mal, Bernd Nährig ist irgendwie ein super Kerl, alle mögen den, aber das ist ja nun kein Thema, wo man sagt, Das ist eine ganz schöne Vorstellung, wenn das jetzt tatsächlich mal wäre. Meine Lieblingsmarmelade ist übrigens Orange und nicht Erdbeere. Das ist ja irgendwie was anderes. Das ist ja was sehr Existenzielles und da müssen die Leute, die das entgegennehmen, einfach auch geschult sein. Da muss es Pläne geben in der Kommunikationsabteilung. Also denn das dann für den Fall, dass derjenige, der sich outen möchte, der das auch öffentlich machen möchte, da muss man doch mal Szenarien durchspielen, von denen ich mir sicher bin, dass es die noch nicht gibt, dass die nicht in der Schublage liegen. Dann gibt es, es gibt so unglaublich viel bei diesem Thema zu tun und da ist der FC St. Pauli noch nicht so weit und wenn wir in Anführungsstrichen noch nicht so weit sind, wie soll dann das irgendwie in Dortmund, in Nürnberg, in Chemnitz oder sonst wo aussehen. Also das ist echt ein Thema, wo auch Christian mich permanent darauf hinweist, dass da fröhlich ausgemachte Heten drüber diskutieren. Also wir beide ja jetzt auch, muss man auch sagen. Aber wenn ich mir Herrn Wambusch, 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 wer ist der noch? Weil der dieses Lied gemacht hat, der von so. Na, da ist der die von Cat Car. Ja. Wie Wambusch, Wambusch? Ja, Wambusch. Aber es ist natürlich auch so, ich vergesse den Namen, aber das ist auch irgendwie, haben alle dieses Lied gepostet und gesagt, wie toll, wie toll. Und dann irgendwie war das aber wieder, ist der Zug weitergerollt. Aber substanziell hat sich doch an dem Problem, vor dem jemand steht, der aus welchen Gründen auch immer das Gefühl hat, er möchte sich da sein Coming-out haben. Das ist strukturell doch keinen Schritt vorwärts gekommen. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, auch am FC St. Pauli, weil das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist im Übrigen schönen Gruß, Evertin, deine Aufgabe, da keine Sonntagsreden zu schwingen, sondern irgendwie die Strukturen für zu bereiten. Das würde ich von dir erwarten. Im Übrigen erwarte ich auch eine Antwort auf meine Fragen. Ja, das aber zum... Haben wir denn irgendwas Queeres, was wir spielen können, was im FC St. Pauli passt? Ich hätte jetzt einen Namen an Muskuria zu bieten. Das ist ausgezeichnet. Wenn wir schon die GEMA-Gebühren bezahlen, dann müssen wir reinquatschen und rausquatschen, aber wir müssen während des Liedes nicht quatschen. Das können ja die Leute dann hören. Ja, das stimmt. Aber ich würde jetzt einfach auch mal... Ich weiß auch nicht, das ist... Man crasht ja dann auch mal ein bisschen ab und das machen wir halt auch mal irgendwie zu Recht so, ne? Das Thema Soundtrack, das umgibt uns ja auch immer beim FC St. Pauli. Wird auch übrigens noch eine Extra-Folge geben im Sinne von der Sound von St. Pauli. Mal eine Beleuchtung dessen, was es außer... Also das, was im Stand... Ja, der Milantor-Brigade und irgendwelchen... Ja, das ist ja immer statisch. Hatten wir auch schon so oft als Thema, dass dieser musikalische Background so unbeweglich ist, ne? Aber dann genießen wir mal in den letzten Tagen of Donald's Sommer. Ja, genau. Happy Love. 90.10 von Pauli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.